Kostkott und herzlich willkommen zu der Tag auf Ländle TV. Hier die heutigen Themen für Sie. Pflege für Haustiere beim Hundesalon Melanie, die tagesaktuellen Meldungen und zum Schluss, wie gewohnt, die Wettervorschau von Kachelmann. Gepflegt ist das Streicheln und Kuscheln umso feiner. Das wissen die Expertinnen vom Hundesalon Melanie, denn Körperpflege geht Hand in Hand mit Gesundheit. Daher sollten Haustiere, genauso wie andere Hausbewohner, regelmäßig gepflegt werden. Hunde als treue Begleiter. Kaum ein anderes Haustier steht dem Menschen so nahe. Die Wissenschaft geht davon aus, dass sich Wolf und Mensch vor über 15.000 Jahren anfreundeten und sich so nach und nach der Hund entwickelte. Ein Zusammenleben, das sich weltweit wandelte, der Trend der vierbeinigen Familienmitglieder auch in Vorarlberg nach wie vor am Wachsen. Die Anzahl der Hunde ist innerhalb der letzten fünf Jahre um knapp 15 Prozent gestiegen. Im Ländle sind rund 16.000 Hunde steuerlich gemeldet. Auch im Lockdown wurden sich vermehrt Haustiere zugelegt. Melanie Romberg ist Tierpflegerin aus Koblach und sieht, dass oftmals das Gewusstwie fehlt. Ich glaube, dass viele nicht wissen, dass wenn man sich ein Tier anschafft, dass wirklich jedes Tier gepflegt gehört. Man schafft sich so einen kleinen Babyhund auch. Der ist süß, er wird gekuschelt, er wird gefüttert, man geht spazieren. Aber man vergisst einfach, dass der Hund das Fell hat und das gepflegt gehört. Der Fellwechsel spielt bei der Pflege vieler Hundearten eine große Rolle, so auch bei Alfred. Der Berner Sennenhund lebt auf einem Bauernhof und ist entsprechend viel draußen und unterwegs. Damit es zu keinen Verfilzungen kommt, muss sein Fell regelmäßig durchgereinigt werden. Gerade jetzt wie beim Alfred, beim Berner Sennenhund, die wechseln sehr stark das Fell im Frühling und im Herbst. Und die Unterwolle, wenn man die nicht rausbürstet oder entfernt, dann kann das Verfilzungen zu Verfilzungen führen. Und wir machen das mit speziellem Shampoo und Bürsten und dann wird er geföhnt und dann ist die Unterwolle weg und dann hat es der Hund auch viel feiner. Die richtige Ernährung der Fellnasen, sowie auch genügend Bewegung und regelmäßige Pflege sind für Melanie da ausschlaggebend für die Tiergesundheit. Fehlt zu Hause die Ausstattung oder das Wissen, können sich Informationen und Unterstützung bei den Expertinnen und Experten vor Ort geholt werden. Also mir ist es generell wichtig, dass man den Hund richtig pflegt, dass man den Hund noch lernt, dass man den Hund auch daheim pflegen kann. Aber mir natürlich immer helfen und für die, die das daheim nicht so gut herbringen, beziehungsweise die Hunde ganz sicher nicht so brav daheim sind. Bei uns sind sie immer brav, warum auch immer. Es ist glaube ich, wenn man das Kind im Kindergarten abgibt. Und mir das natürlich noch professionell in kurzer Zeit für den Hund so angenehm wie möglich machen und dass er dann halt wieder gepflegt ist. Melanie und ihre Mitarbeiterinnen haben den Bedarf an Angebot zum wachsenden Haustiertrend erkannt. Und widmen sich nun täglich den Vierbeinern in Vorarlberg. Ein Leben ohne Hunde ist für sie inzwischen unvorstellbar. Also da gibt es ein gutes Sprichwort. Gib dem Menschen einen Hund, dann wird seine Seele gesund. Und das stimmt. Also man kann noch so einen schlechten Tag haben, wenn man vom eigenen Hund begrüßt wird. Dann ist alles wieder gut. Mit Tieren zusammen zu schaffen ist einfach das Tollste, was es gibt. Und man kann eigentlich gar nicht mehr sagen. Es ist einfach der Wahnsinn. Wir blicken nun auf die Meldungen des Tages. Bei vermehrt Fällen von sexuell diskriminierendem Vandalismus in Vorarlberg wurden gehiste Regenbogenfahnen zerstört, geklaut und angezündet. Nun haben sich einige Pfarrern zum Recht der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bekannt. Auch die Junge Kirche Vorarlberg sieht die Ereignisse als sehr radikalen Schritt. Für Sprecherin Corinna Peter ein Rückschritt, dem sie entgegentreten wollen. Ja, das ist natürlich ein Schlag zurück, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir als junge Kirche, wir setzen uns für eine möglichst bunte Kirche ein. Und uns war das nicht nachvollziehbar. Für uns steht fest, jede Liebe ist gleich viel wert. Das Nein zur gleichgeschlechtlichen Segnung seitens des Vatikans und die auftretenden Vandalismusfälle seien da nicht einfach so hinzunehmen. Es gelte weiterhin in den Dialog zu treten und sich auch als Kirche laut solidarisch zu zeigen. Ich persönlich würde mir natürlich eine sehr offene Kirche wünschen, in der jeder Mensch seinen Platz findet, in der nicht unterschieden wird, woher man kommt, welche Sexualität man hat, welches Geschlecht. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze sich realitätsnah entwickelt. Um ihre Solidarität kundzutun, hat auch die junge Kirche Vorarlberg Regenbogenfahnen gehisst, Feststünde, dass die Diskussion weitergehen muss. Und auch im Freitagsfrühverkehr sorgen die Ausreisekontrollen im Leiblachtal für Stau. Laut Verkehrsmeldungen gab es unter anderem über eine Stunde Wartezeit bei der Autobahnausfahrt Hörbrands. Das Land Vorarlberg habe nun angekündigt, die Kontrollen optimieren zu wollen. Den massiven Rückstau wie am Donnerstagmorgen gelte es zu vermeiden. Das war's für der Tag auf Ländle TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kachelmann bringt uns die Wetteraussichten der kommenden Tage. Unsererseits wünschen wir Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Heute zusammen beim Ländle Wetter. Richtig schöne Frühlingstage haben wir momentan. Die Nächte, die sind zum Teil noch kalt in Wart. Zum Beispiel am Freitagmorgen knapp minus vier Grad. Auch Alberschwende noch mit leichtem Frost. In Bregenz war es frostfrei mit 2,3 Grad. Tagsüber, dann mit der Märzsonne, geht es hinauf auf 15 bis 17 Grad. Also richtig frühlingshaft. Aber jetzt gibt es noch einmal einen Dämpfer. Allerdings nur kurzfristig am Samstagmorgen. Schon in den Frühstunden zieht eine Kaltfront von Westen her auf uns zu. Die bringt kräftige Regengüsse. Das Ganze spielt sich ab so zwischen 4 Uhr und 9 Uhr am Vormittag. Das heißt, es regnet dann vor allem so in den Staulagen im Regenzerwald, in der Tannenbergregion, auch Richtung Montafon, noch länger bis in den Vormittagmittag hinein. Dann hört das Ganze aber relativ rasch auf. Die Schneefallgrenze kommt vorübergehend auf 1200 und am Schluss bis gegen 1000 Meter herab. Sonst aber in der Bodenseeregion und später dann auch im Walgau. Da lockert es im Laufe des Samstagvormittags schon wieder auf. Da schon wieder der Übergang zu trockenem Wetter mit einem Gemisch aus Sonnenschein und Wolken. An den Temperaturen sehen wir, es geht um 3-4 Grad zurück. Also tagsüber dann 11-12 Grad im Rheintal, 9 Grad im Montafon oder auch im Bregenzerwald. Die Null-Grad-Grenze auf Niveau der Hohen Kugel auf 1600 Meter Höhe. Das ist aber nur eine vorübergehende Sache. Schauen wir auf Sonntag und da geht es schon wieder aufwärts. Palmsonntag eigentlich die Nacht wieder relativ kühl. Zum Teil auch wieder mit leichtem Frost dabei, weil es eben stern und klar ist. Dann tagsüber aber viel Sonnenschein. Maximal noch ein paar dünne Schleierwolken und mittelhohe Wolkenfelder, die über das Ländle ziehen. Und die Temperaturen, sie steigen schon wieder auf 13-15 Grad. Anfang der Karwoche, dann geht es noch weiter aufwärts. Richtig frühlingshaftes Wetter steht uns bevor. Das zumindest bis Mitte der Woche. Für Gott bei LändleTV. Das neu gestaltete TV-Magazin Unsere Energie sehen Sie am Freitag um 23 Uhr und am Samstag um 12 Uhr auf LändleTV. Ich bin Erik, ich bin einer der drei Wettbewerber von Weiss. Und wir sind heute hier, um mit all diesen schönen, lokalen Produkten zu kochen, die wir rund um uns haben. Genau, ich bin es, Milena. Und ich werde heute, Erik, ein bisschen zur Seite stehen. Wir kochen gebratene Kohlsprossen mit ein bisschen Spinat und Petersilienöl. Auf einem ganz knusprigen Kartoffelrösti mit ein bisschen Zitrone, Bergkäse und Knoblauch und Walnüsse frisch rübergerieben. Bis zum nächsten Mal.